Ja, meine Lieben, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Ettal und es gibt hier einen Kreuzweg, den man entlang laufen kann. Aber wie gesagt, es ist sehr beschwerlich, weil es hier hoch geht, genau, Christian steht hier mal da. Und man muss durch diese ganzen Steine, die hier liegen und das Ganze hochlaufen und das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich hoffe, dass es bald mal Hoffnung gibt, dass er mal anzeigt, dass wir nicht mehr so lange laufen müssen. Der Weg, der dauert länger als eine und eine Viertelstunde, so habe ich das Gefühl hier, weil er immer anzeigt, was ganz anderes als das, was wir gelaufen sind, ja. Na gut, okay. In diesem Sinne werden wir dann einfach jetzt weitergehen, diesen Kreuzweg, diesen beschwerlichen Kreuzweg nach Ettal hoch. Da hätte mal unser Priester uns vorwarten können, dass er nicht hochlaufen sollt, weil das mega anstrengend ist, aber nein, er hat ja kein einziges Wort gesagt. Okay, na gut, wir wollen es leiden sehen, deswegen. Da kriegen wir die ewige Absolution von denen, bestimmt. Also, gut, wir hören dann später.